ZURO ZURO WER WIR ZIGER KEIN WOOOOO Servus Leute, und willkommen zum ZURO Training mit CJB Servus Servus Und wir machen jetzt Party, ich ziehe eine neue Map btw Und ja, that's it So, let's go, hast du den Block abgebaut? Jaja Wann mach ich du? Jährenlos Hier lang müssen wir, let's go Du willst dich direkt bitte? Gleich gecheckt Du hast dich so nebenbei, weißt du? 8 Minuten Auf, entspannt Pandas Fuck Was? Wohohoho Was passiert, wenn ich nicht schlage? Nee, nee, nix Es ist ein friedlicher Lass da hin Warum sind die so wenig Pilze? Oder überhaupt, äh, Höhlen? Gibt's hier überhaupt Höhlen, Leute? Oder muss man wirklich stripmine? Also bei der anderen ne, bei der du gibst 1 Meter 1000 Pilze Lass runter bauen, meine Wiss Ja, wo ist denn? Achso, da Kriegt nix Du willst jetzt stripmine? Hä, das aber Ja, nee, aber Weiß ich nicht, man Keine Ahnung Das ist manchmal auch so ne Sache, die ich nicht verstanden hab Weil die sind online unter euch, ne? Keine, ja, so evil lügen, Alter Wer, wer soll, der macht das frei, wenn er, wenn er lügen kann? Ja, einfach sagen Die haben das scheiße Laptop aus dem Fenster aus, hat er nicht geworfen, so, wie ist denn? Ne, ne, mein Hund hat, äh, die Internetverbindung Ge... Ich hab' gegessen Ja, ja Ja, ja, äh, das ist... Ja, da ist ein Team. Okay, ist nix, nix, nix. Unten oder oben? Unten, unten. Okay. Ich konnte gerade den Namen nicht sagen, aber da waren auf jeden Fall... Also, ich weiß nicht. Hast du auch gesehen, oder? Sieben Jako, ja, ja. Ja, wenn wir nebenbei eine Höhle finden, dann würde ich rauf. Weil die haben jetzt auch nichts, wenn die da unten sind, weißt du, wie ich meine? Bei nebenbei werden wir eine Höhle finden. Die waren wahrscheinlich eine Höhle, dann haben wir viel mehr Eisen als wir. Guck, ich bin da oben eigentlich. Ich warte hier mal. Ich werde echt ein bisschen runter bauen. Weil die suchen noch Eisen. Komm, komm hier neben mich hier und wir bauen Gleiter runter. Und wenn jetzt eine Höhle da ist, dann wird er tot. Ah, da, ich sehe da. Ah, ja, rechts. Genau, ja, da gehen wir hin. Aber sneakend. Wichtig. Ja, ja, ja. Der Gifffahr. Der Gifffahr, den machen wir. Leute. Der erste Cave-Fight. Oh. Ja, die sind gesplittet. Die sind splittet. Die sind splittet. Die sind splittet. Jetzt will ich schau aus. Hier, komm her, komm her. Du bist falsch. Hier, guck, guck. Hier, guck, guck. Hier, 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 hier unten. Runter, runter, runter. Ja. Oh mein Gott, das ist gut. Er weiß auf jeden Fall, dass wir hier sind. Hä? Warte. Ah, hier, hier runter. Ja, er baut die ganze Zeit, ja. Schau, schau hinter uns. Oh, ja. Ja, ja. Weil deine war auf jeden Fall hinten. Ja. Da hätte ich eine Spitzlacke jetzt. Was? Was? Achtung, er kann überall schlagen. Hier ist Lava. Lol. Aber wo ist er hin? Hier, hier hoch? Ne, unmöglich. Hat er sich eingebaut? Wahrscheinlich. Hä? Er kann doch nicht weg sein. Oder haben die Clean Stone? Na, wer, wer, wer macht Clean Stone, Alter? Entschuldigung, er hat hier nicht mal Blöcke platziert. Oder ist er abgebaut? Ja, auch wenn. Ja, er ist noch hier. Ja, er ist noch hier. Ja, er ist noch unten, Mann. Aber, ich glaube, irgendwo bei den Granit. Bei den roten Dingen, weißt du? Weil das ganze easy abbauen und so. Ich habe keine Spitzhaufe, du müsstest schauen. Ja, je. Kann ja auch nicht sein. Dort. Hier unten. Hier ist er. Hier unten ist er. Oh, warte. Da rein. Er hat keine Rüstung. Nice. Sehr schön. Okay. Er war unter dort. Er war unter dort. Nice, Mann. Kill und lava. Let's go, Mann. Oh, er hat sogar zwei Dears. LOL. Die haben einen Kill gemacht. Oh, hier ist einer bei mir. Oh. Oh, ich sag kurz. Ich dachte, ich bin am Strand. Ich bin am Strand. Ah. Äh. Okay. Ah, da. Fight ihn. Ah, pass auf. Ich kann es hier nicht zu viel. Ja. Ja. Wenden sie noch ein paar. Ach, scheiße. Oh, okay. Ja, der ist wahrscheinlich gut. Ach, scheiße. Ne, ne, ne. Wir brauchen auch ein Boot. Oh, da, 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 da. Oh, da, 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 da. Na, scheiße. Lass rein. Lass rein. Die haben einen Crossboost, Mann. Äh. 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 Lass ihn Neta gehen. Lass ihn Neta gehen. Ja. Lass ihn Neta. Aber die haben ein bisschen keine AIM. Und wir haben eine Generation. Perfekt für uns. Ja. Ist Netan? Schon, gell? Pass auf. Die sind direkt hinterher gefüllt. Komm hier rein, komm hier rein. Komm, komm, komm. Hier ist die ja auch Lava. Oder wollen wir die? Ne, die sind gut, die sind gut. Ich hab kein Essen, was? Ich kann nicht rein. Oh, da, ho, 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 ho. Achtung, die haben auch Lava. Komm, komm rein, komm rein. Oh, nein. Komm rein, wir gehen rein. Nein, einer hat einen Opschuss. Ich glaub, ich müssen gleich turnen. Achtung. Nicht reinfallen. Komm rein, komm rein, komm rein. Komm rein, wichtig. Okay, ich bin drin. Komm, komm, komm. Oh, da hieß ein Dia. Hä? Nein, nein, nein. Pass auf, pass auf. Ich war ein von dir drin, Junge. Pass auf, pass auf. Let's go, Alter, wir sind sogar ein Hater. Let's go, Mann. Wichtig, wichtig. Ja, die haben gedacht, wir trafen die jetzt. Wichtig. Sehr gut. Ey, da war sogar ein Dia drin, CJ. In der Kiste. Ich glaub, die sind immer looted. Lass back. Oder was sagst du? Hast du einen besseren Plan? Ah, ich weiß ja, wie jetzt der Dia... Oh! Oh Gott, ich dachte schon... Oh, da ist jemand! Oh, lol. King Honey. Schlag, 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 schlag. Geht nicht. Komm rein, komm rein. Ja, ja. Oder? Nee, warte, komm raus, komm raus. Fuck. Hey, ich bin schon drin. Okay, okay. Ja, geil. Komm, 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 komm. Der ist gerade alleine. Du kommst, ne? Ja, ja. Ich bin da. Alter, inspires du, Mann, ne? Startedcient. Ich dachte mir so erschreckt, aber er ist ja... Oh. Oh, 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 oh! Geht so rum, kids-ora! Hab ja. Junge, die sind schon verzaubert. Like ich hab jetzt was Eine First Day gemacht. Hell, no. Hell, no, Alter. Euusees Internal, advers. Komm, du kämpfab einfach bis zur Hände. Oh, my God. Hey, no, Alter. Als ob ich gegen die kämpfe. Ne, du, es geht weg. Mach die Axt! Mach die Axt! Ja, wir machen eben. Ja, auf jeden. Das darf ich machen, ne, hier, Stein. Ja, das geht. Die Axt meine, ne, ja, okay. Ja, ja. Oh mein Gott, ey. Ey, wir sind Top 40, CJ. Ja, der Junge noch nicht mehr. War eben lang nicht mehr. Ja, jetzt haben die sieben. Oh, hier ist einer, hier ist einer! Ja, leider. Das war der King Honey. Der Solo. So, Roland. Hab ihn. Keine Ahnung. Wichtig. Ich brenne es halt immer noch, aber egal. Ja, du spielst ja alles gut. Also, oder? Ja. Steht nicht, Mann. Sieht schon ein bisschen klasse ab. Okay, wichtig. Ah, warte mal knapp. Der ist schon wieder reingekommen. Aber es war kein Trappen, ne? Ne. Wir campen nur. Wir campen nur. Ach, du machst diese... Oh, Junge, du bist eigentlich... Holy. War hier ein paar? Ist einer da? Ja, ja, ja. Hey, Typ. Und Reax. Er brennt. Oh nein! Perfekt. Achtung. Wie hoch. Als ob sie gekommen sind. Ja. Ich bae dich. Warte. Warte. Ich brauche, du brauchst die Spielsacke. Hier. Hier. Hey, warte. Was kommt Space, Mann? Hier. Hallo? Okay. Pass auf, der kann links auch sein. Oh, der ist verzaubert. Ja. Der lässt den Pigment da. Ja. Oh, die kommen von oben. Ich hab irgendwie einen Hit gezielt, weiß auch nicht wieso. Tja. Die sind da oben. Da oben sind die. Hier, hier. In der Nähe. Achtung. Die kommen, die kommen. Über uns. Nicht nicken, nicht nicken, man. Du musst nicken. Oh, der kommt. Hier. Hab's eine Lama. Hier. Hier, komm. Fuck. Äh, lass sie sie bauen. Lass sie bauen. Will ich hier raus, oder? Ne, 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 ne. Der ist oben. Lass, lass, wir wollen zählen wünschen. Komm, komm. Ja. Alter. Kann ich hier aufbauen? Weiß ich nicht. Oh, hier. Achso. Ober, über mir ist jemand. Pass auf, der kann jederzeit herkommen. Oh, Achtung. Ja. Ich sag mal. Einfach schnell wieder zumachen. Äh, wir brauchen einen Plan B. Okay, Plan B. Fuck. Ich baue hier nachher. Irgendwie. Okay. Ja, die wissen, die haben's gesehen. Was? Die haben's gesehen. Ja, jetzt in meinem Arsch. Lass uns zur Seite bauen. Ist auf Lava. Ist auf Lava. Ist auf Lava. Ist auf Lava. Wo, wo? Bei dir? Warte, warte. Nee, das ist dumm. Das ist dumm. Fuck. Okay, komm, 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 komm. Ich hab einen anderen Plan. Ich hab keinen Lava mehr, ne? Egal, egal. Irgendwas, wenn dein Loch ist, Alter. Komm, 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 komm. Ja, warte, ich... Achso. Hm. Darum werde ich nie rechnen. Die Pläne ist nochmal Lava. Achtung. Die Pläne ist Lava. Da oben. Okay, okay. Komm, 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 komm. Stich! Die Verschenke. Welche Probleme haben. Du hast so reingeschissen, Junge. Das hast du hier gebaut. Das hast du hier gebaut. Warte, 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 in die Richtung. Warte, jetzt noch was. Warte, hier. Wir können hier raus. Ja, ja. Komm, komm, komm. Hier ist ein Loch, hier ist ein Loch. Ja, ja. Haben Sie das gesehen? Es läuft nichts. So. Okay. Okay. So. Ich brauche Lava, CJ. Ja, hier unten. Hier gleich bei uns. Hä? Warum kommt von der Lava auf einmal? Hä? Warum so viel? Hä? Sind die oben oder wegen den Chunks? Ich glaube wegen den Chunks. Ja, muss, muss. Das macht sonst keinen Sinn. Hast du Lava einmal aufgefüllt? Junge, CJ macht dir sogar schön eine Tür, Junge. Ja, ist wichtig. Ist wichtig. Ist wichtig. Wenn man schon ins Finale kommt. Ja. Okay, okay. Ich habe einen Plan. Wir brauchen wieder unter Neta-Rig einfach Lava. Nee, Leute. Final-Kampf werde Neta sein. Ich sage es euch. Wir gehen nicht raus. Nee, nee. Nee, Alter. Das ist unser Zuhause. Die sollen zu uns. Das ist zuhause, Alter. Wir haben genug von Stiege gesehen, dass wir jetzt gelernt haben, welche Fehler man nicht machen soll. Wollen wir ein bisschen gucken, dass die Leute so baiten. Weil wir können nicht die ganze Zeit hier... Wir müssen noch was machen, CJ. Wir müssen uns bewegen. Komm. Ja. Ich bleib hier. Oh, hier oben. Oben sind ein paar. Zwei Leute. Ja, schon. Sneak. Sneak, Sneak, Junge. Sneak. Wer ist das? Hey, Junge. A-Tip. Okay, das ist auch A-Tip. Ist ja. Ja. Ja, haben die einen Bogen? Ich weiß es nicht. Aber die haben nicht geschossen. Ich glaube, ich glaube nicht. Doch, komm. Sie kommen langsam rüber. Langsam. Und falls sie kommen, dann escapen wir. Und wir haben dann... Dann gehen wir einfach zu unserer Pfade hin. Weil von alleine werden die nicht kommen. Wenn schon, müssen wir die locken. Ist das so? Nee, nee, nee. Wir müssen die locken, Alter. Ich schwöre, wir haben keine Chance, gegen die. Pass auf. Direkt weg. Ja, die platzieren nur Lava, das ist so klein. Wir müssen doch von oben eigentlich schon gehen. Ja. Wollen wir ein bisschen... Aber die müssen jetzt auch kommen, Alter. Schauen wir, wo wir sind. Wir sind einfach so dumme Position eigentlich. Komm, weil zwischen zwei Lohen einfach hoch. Oh, stimmt. Die müssen wir killen, hier. Ich hoffe, dass du nicht runterfällst. Das ist gut. Ey, der hat die Dierhose. Ah, nee. Das ist... Das hat das nächste... Oh, doch. Einer hat Krossmog. Pass auf. Einer hat Bogen. Ja, komm. Da will ich schießen. Ja. Ey, hätten die keinen Bogen, ich wäre vielleicht... Vielleicht Lava... Wollen wir versuchen, CJ? Oh, Mann. Block, block, block. Block. Die Leute kann aim. BM doch nichts. Du Ape, Alter. Du bist lustig. Okay. Warte. Los. Nein, die kommt nicht. Die kommt auch nicht, Alter. Ich bin... Naja, können wir nicht an. Ape. Ah, nein. Hab einen Hit gegeben. Einen Hit. Ja. Okay. 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 Ich glaube, der nicht kommt, Alter. Ich komme jetzt. Lass den, lass den, lass den. Bissl. Echt mal tot. Ja, ne, ne, regeil doch. Aber Alter, mit Lava? Ah, ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das hast du, das hast du. Der andere ist safe tot gleich mit dem Lava, wenn du einmal gehittet hast. Uncinated. Lava zieht echt viel ab. Fuck. Ah, der ist tot. Du hast einen, du hast einen. Habe ich einen? Ja. Ja. Na gut. Ich habe, ich habe, Leute, wir haben einen Kill. Immerhin noch. Ja, okay. Kann ich einen Kill? Wir haben drei Killz. Ja, der Killz. Es war, es war. Zwei, die ist mal ein bisschen pussyhaft gespielt. Gehe ich noch zu. Aber, Leute. Ja. Aber trotzdem, GG. Hat schon Bock gemacht. Ja. Fatty. Schade. тер.